die begrüßen einen riesen applaus und die werden auch hier mitmischen in diesem weltklasse welt alex und christian christian amit also son applaus 18 mal nacheinander hier er sammelt treuepunkte und ich bin natürlich dann anschließend bescheinigt mit der start nummer 17 ein schneller mann aus luxemburg dreimal in top 20 hier vielfacher landesmeister paul melina so gut kann erfrischung schmecken und deshalb so dann als nächster mit der startnummer 13 das ist der mann aus slowenien die erste start aus slowenien in der silvesterlauf geschichte rock kuhar der landesmeister rock wo bist du rock kuhar herzlich willkommen in deutschland leute 27 nationen hier das ist direkt fort das hat es auch noch nie gegeben und deswegen begrüßen wir auch ganz besonders ein mann aus neuseeland der sicherlich wenn es ums wetter geht dort besser aufgehoben wäre aber die besseren retten gibt es hier die atmosphäre sowieso viermaliger landesmeister ist der erste neuseeländer hier in trier war dritter in dromben das ist ein ganz starker lauf im halbmarathon und trainer ist arthur lydia der legendäre kopf aus dem land john walker peter schnell leute hier ist merkel higgs aus hockland merkel higgs hat gestern bei der pk gesagt dass er aufs podium möchte also unter die ersten drei das gleiche hat er zumindest seinen manager verraten der mann den ich jetzt vorstelle er kommt aus äthiopien lebt seit jahren in trier statt für den vietzer tsk oranien war letztes jahr zehnter will diesmal wie gesagt auf das podium abdi huja dann mit der startnummer 7 aus belgien er wird sich auf keinen fall verlaufen denn er war fünfter bei den weltmeisterschaften im orientierungslauf aber ganz schneller mal unter 8 minuten über 3000 meter in den letzten jahren hier die plätze 7 6 und 6 in der startnummer 7 jannik michels dann einer der drei deutschen verkaufsdirektor der bittburger brauerei die seit beginn hier unser partner ist dieses semesterlaufs und dieses rennens insbesondere wir müssen ein stückchen zurückgehen der heinrich nimmt das ganz genau ja die 8 kilometer sind aber exakt vermessen hier das ist eine geste die kenne ich eigentlich nur aus der kirche aber du schiebst die läuft ich freue mich froh und froh dir her der michael zuck kennt das auch schon und übrigens an der stelle mal ein dank an die wittburger brauerei leute ohne diese tollen konsoren ist das alles hier gelb es das nicht ich glaube es heute gelb es das nicht die müssen hierher fliegen die haben kosten und die wollen natürlich auch ein bisschen geld verdienen denn sonst kriegst du die top leute hier also dann applaus mal bitte an die sponsoren an die mitburger an die sparkasse an alle die uns unterstützen ein applaus bitte für alle sponsoren und für dieses feld was wir jetzt auf die reine schicken 8 runden 8 kilometer so der heinrich zählt die einzelne brau heinrich guck mal ob die fingerlägel auch geschnitten sind dann kann es losgehen oder dann zähle ich mal rückwärts 5 4 3 2 1 also es ist ein völlig offenes rennen ein großes internationales welt so groß wie es noch nie hatten aber Alleine in diesem Raum, 23 Nationen vertreten die Top-Nationen aus Afrika, dann von Spanien bis Weißrussland, bis Ukraine, alles in diesem Rennen drin, Kenia, Äthiopien, Eritrea, Ruanda sowieso und eben auch die europäischen Nachbarnationen von Deutschland. Wir werden sehen, wir wissen wirklich nicht, wer hier der Favorit ist, der Marokkaner Teil B ist genannt mit der Startnummer 1, mal schauen, ob er vorne drin ist, 2 Minuten 40 sind die Läufer unterwegs, das heißt, das Führungsfahrzeug ist jetzt da, das geht mit einem 3 Minuten Schnitt los, ziemlich genau, das ist nicht so irre schnell. Und da, wen haben wir vorne? Martin Sperlich, Martin Sperlich, eben vorderster von Hendrik Pfeiffer, der Köln-Marathon-Sieger, Mölken Higgs, der Neuseeländer, Angermann an Bord, 40 fast groß, 30 bis 40 Leute und auch Alexander Bock vom PSD Trier hängt an der Spitzengruppe dran. Zwischenzeit war 2 Minuten und 58 Sekunden, also ein taktisches Rennen, so scheint es. Zwei Kilometer und die Zwischenzeit ungefähr 5 Minuten 55 Sekunden, gleichmäßiges Tempo also. Und das ist Alex Bock, der Trier, mit dem Sternen Applaus verdient. Christoph Gallo aus Belgien, hier in diesem Verfolgerfeld. Sie sind mehr als Frankreich, der Franzosenfeld. So, wer da, lass uns kurz die Siegerhärmung machen, dann können wir gleich wieder zu dir zurückkommen, denn die Jungs warten hier Siegerhärmung also. So, okay, im Sport-Flecklauf über 5 Kilometer. Michael Fleck ist hier und wird die Siegerhaube vornehmen, der Christian Brand ist auch da und deswegen bitte ich jetzt die ersten drei hier vorne aufzutauchen. Platz 3, 15 Minuten, 33,7 von der LG Rhein-Wied. Das ist Jannik Weiß, Jannik, Platz 3, Jannik Weiß. Super. Und dann die Kenianer. Alfred Cherow ist dabei, Philipp Liga ist dabei. Die Deutschen Neubahnen mit dabei. Ein spannendes Rennen und wir waren, wenn wir auf die Zeit schauen, ungefähr bei 5, 5, 51, ab 1951. Das heißt, ein taktisches Rennen weiterhin, das wird spannend. Und der genießt das hier, Alex. Alex, go! Mitte 61, das ist wie fucking voll die Wälder aus Belgien. Christoph Gallo und Felix Blinke aus Regensburg, Teamkollege von Philipp Liga. Und Cyril Neuer, der Franzose, dann mit der Nummer 60 im schwarz-weißen Trikot. Das ist Joe Biel. Fünf Runden noch für diese Läufer hier zu laufen. Wenn die Führungsglocke gleich kommt, ist die Hälfte des Rennens absolviert. Dominik von Wirth mit der 99 von der DG Kormitz. So besoffen, Alter. Hast du dich so zusammenquatschen? So, jetzt hier. Leute, halbzeit. Genau. Und vorne sind's. Zwei, vier, sechs. Zwei Talbi ist dabei. Dann Alfred Scherloch mit der Elf. Welch ist es? Der Mann aus der Seele. Hier kommt die Neunste. Hier kommt der Glückfolgfahrer, Philipp Liga, Martin Sperlich. Das ist die Neunste Woche. Mit gebürtem Anstand. Und hier kommen die Verfolger. Einer gibt gerade das Rennen auf. Das ist ein schnelles Tempo, keine Frage. Aber der Wind ist heute auch entscheidend für den Lauf und für die Gestaltung des Laufes und auch für die strategischen Entscheidungen hier mit der Regel 90. Ganz gute Mütze zu fragen. Andreas Kalforne von der LG Vulkan Eipel. Der Alex. Alexander Bock. So, und das uns folgen im Wischenfeld entgangen ist, ein bisschen das... So, hier kommt er wieder. Unser Freund, der Beberate, Ferris Dali. So, die Spitze nähert sich dem Hoffmann. Ah, da ist sie. So, vier sind es noch vorne. Es ist zur Talbi. Es ist mit der sechs, James Subira. Mit der zwei, Alfred Scheroff. Mit der 15, Samuel Fitri. Er ist jetzt auf Platz fünf. Und vorne drin noch ein Pelianer, Elvis Taka. Melke Wiggs. Und hier kommt Hennig Pfeiffer, Martin Schwerlich. Für den Flieger. Janik Michels aus Belgien. Mit der 10, Abdi Uja. Abdi Uja. Er geht heute aufs Podium und er hat Samuel Fitri ist nah dran. Was haben wir schon alles gewollt in den Bergwold? Und was machen wir? Jetzt sind die auf der Straße. Gehen die Leute auf die Nerven. Die können auch da oben stehen. Champagner trinken. Aber die müssen hier arbeiten. Bis zur Letztung. Alle brauche. Alle brauche. Alle brauche. Alle brauche. Die Spitze kommt. Die 28 ist vorne. Und Suer Dalmi. Elvis Chimor. Dann Alfred Scheroff. Das sind die vier da vorne. Die sind überwunden. Dann ist der hier vorne. Oh, guck mal. Der hat aufgeholt. Malcolm Hicks. Hast du das gesehen? Und jetzt kommt die deutsche Gruppe hier. Mit Hendrik Pfeiffer. Der macht immer noch das Tempo. Und Martin Sperlich. Und Philipp Flieger. Sperlich ist da. Mein lieber Mann. Janik Michils. Sperlich. Er ist in beiden Runden geführt. Sein Vater und Trainer hat das auch. Er hat gesagt, er ist super form. Trainier. Das ist unser Christian. 26 Jahre. In jedem Alter noch so. Arbeitet wahrscheinlich halbtags. 200 Tag trinken. 13. Das ist Ron Tuhar. Der Führer. Und er hat jetzt, wie vorhin in Konstanz und Kürsteilfen, mal einen Zwischensport hingelegt. James Tsukirera aus Rwanda. Suja Dali, Alfred Schemow und Elvis Schemow. Und das wird mit Geschichte. Sollte hier alle Leute aus Rwanda zum ersten Mal in der Geschichte des Silvester aus Kürn führen. Und wer kommt jetzt hier als Fünfter? Oh, guck mal hier, der Melkel Hicks. Der hat aufgehört. Melkel Hicks aus Neuseeland, Leute. Der hat hier mächtig auf Dodeis. Jetzt kommen die beiden Deutschen, die beiden Wattenscheider. Hendrik Pfeiffer, Martin Sperling, Tillem Trieger. Ja, der Führer ist uns nur für die Sachen und Sachen inzwischen. Und der Ende für Rwanda schreibt. Wunderbar. Frank Fütselag. Frank Fütselag. Fütselag, Ebe-Gölke. Frank Fütselag, Ebe-Gölke. So, jetzt letzte Runde. Elias Chisiel. TV-Artsstraße Wiesbaden. Das ist bei mir um die Ecke. Überall. Man sagt immer, in Mainz arbeitet man in Wiesbaden, gibt man das Geld aus. Und zwei Runden, glaube ich, noch, darf der Christian Limet hier die Atmosphäre genießen. Der 46-Jährige, 18-mal Degaselag-Teilnehmer. So, jetzt ein Blick auf die Uhr. 22. Jahrhundert, Leute. Das wird jetzt hier das Finale. Jetzt schauen wir mal, der vorne. Und Rwanda jubelt hier schon ein bisschen im Zielbereich. Der Trainer hat John Peter und Salome, die Rirakou und die vorhin im Zweifel war es. Bei den Frauen. Mittags, die lichtigen Sie da, unsere Rwanda-Delegation. Und wir sind sehr gespannt, wer ist der Seher des 28. Rwanda 0.0 Celestis. Mit der Startnummer 6 war es der Mann aus Rwanda, James, Sufira, der geführt hatte. Aber so doll war der Vorsprung nicht, so eindeutig nicht. Und in der letzten Runde, gerade bei dem Weg, kann noch viel passieren. Und es ist viel passiert, denn jetzt ist Suha Talbi aus Marokko vorne. Suha Dari. Und Platz 2 hat James, Sufira, Alfred Cello und Elvish Jemov. Und hier umarmen sich die Trainer und Manager und freuen sich über den Sieg Ihres Teamkameraden. Also das ist die erste Vierkopf auf diesen unglaublichen Vorsprung. Soher Dari hat die Startnummer 1 gerechtfertigt. Jetzt kommt der beste Deutsche, hier kommt Martin Schwerlich. Hendrik Pfeiffer, Souverän. Merkur Bix aus Lusien. Welcome. Frank Fützler, Philipp Flieger. Mitte 15, Samö Fikri. Mitte 47, Usama Lohö. Ivo, Mann, Ivo, letzte Runde. Ja, hier ist. Und wir sind noch attraktiert hier von Api Uta. Und wir sind noch attraktiert hier von Api Uta. Und wir sind noch attraktiert hier von Api Uta. Und wir sind noch attraktiert hier von Api Uta. Und wir sind noch attraktiert hier von Api Uta. Vielen Dank.